Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden zuletzt 14.054 Fälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Das sind 450 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Damit ist erneut der Vergleichswert der Vorwoche übertroffen worden. Außerdem starben weitere 423 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung, 35 mehr als vor einer Woche gemeldet. Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich für schärfere Kontaktbeschränkungen ausgesprochen, sollten die hohen Corona-Infektionszahlen in den kommenden Tagen nicht zurückgehen. Im Fernsehsender Phoenix schloss Spahn auch erneut Schließungen im Einzelhandel nicht aus. Offenbar diskutiert die Regierung in Sachsen bereits einen solchen Schritt. Laut Medienberichten könnten dort ab 14. Dezember nur noch lebensnotwendige Geschäfte wie Lebensmittelläden geöffnet bleiben. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie beginnt der Bundestag heute mit den Beratungen zum Bundeshaushalt 2021. Der Entwurf von Finanzminister Scholz sieht Ausgaben von fast 500 Mrd. Euro vor. Die Neuverschuldung erreicht mit 180 Mrd. Euro einen Rekordwert. Bis Freitag wird über die Etats der einzelnen Ressorts beraten. Anschließend stimmen die Abgeordneten über den Haushalt ab. Wegen geschlossener Schulen im Zuge der Corona-Pandemie müssen seit Anfang Dezember weltweit etwa 320 Mio. Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben. Nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF ist damit jedes fünfte Schulkind betroffen. Die UN-Organisation warnt vor den verheerenden Auswirkungen auf das Lernen, das geistige und körperliche Wohlbefinden sowie Ernährung und Sicherheit der Kinder und Jugendlichen. Die Wiedereröffnung der Schulen müsse absoluten Vorrang haben, so UNICEF. Der Vier-Sterne-General Austin soll Medienberichten zufolge Verteidigungsminister im Kabinett des gewählten US-Präsidenten Biden werden. Austin wäre der erste schwarze Pentagon-Chef. Er war bereits Kommandant der US-Streitkräfte im Irak und führte das Zentralkommando der Vereinigten Staaten. Austin war 41 Jahre lang Militärangehöriger bis zu seinem Ruhestand vor vier Jahren. Biden will seine Entscheidung am Freitag offiziell verkünden. In mehreren Bundesländern haben Landwirte in der Nacht gegen die Preispolitik der Discounter protestiert. Wie hier im niedersächsischen Hesel blockierten sie mit hunderten Traktoren die Zufahrt zu Zentrallagern von Aldi und Lidl. Zeitweise konnten keine Waren mehr ausgeliefert werden. Wie lange sie die Blockade aufrechterhalten wollen, ließen die Landwirte offen.